Melanie Evans Eichhorst ist heute mein Gast. Hallo Melanie, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Melanie, du bist Dozentin für Kindheits- und Umweltpädagogik, also du hast Umwelt und Bildung studiert und bist in diesem Bereich, ja, in Kitas, aber auch in anderen Bereichen tätig und gibst vor allen Dingen auch, was ich sehr spannend finde, solche Umweltpädagogik-Seminare, das würde mich interessieren. Was würdest du empfehlen, ist das, was Natur besser kann als vielleicht das Klassenzimmer? Ich würde sagen, alles. Es werden natürlich alle LehrerInnen aufschreiben und sagen, um Gottes Willen. Ich sage immer, man muss eigentlich erst mal gar nichts vorbereiten, sondern indem man überhaupt rausgeht, passiert schon ganz viel. Also wir können unsere Sinne nicht ausschalten, sondern es passiert was mit unseren Augen. Wir riechen etwas, wir können etwas anfassen. Das ist eine ganz andere Lernerfahrung, die es eigentlich so besonders macht. Und das ist eigentlich das Spannende. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn du gestresst bist, gehst 20 Minuten in den Wald und wenn du keine Zeit dafür hast, gehst du ja eine Stunde. Es hat eben auch eine Wirkung, also eine positive Wirkung in der Regel, wenn wir nicht gerade an der Hauptverkehrsstrafe stehen und es unglaublich laut ist. Lass uns mal konkret werden, weil viele Lehrkräfte erstens können das vielleicht nicht aus versicherungstechnischen Gründen. Da hast du vielleicht Tipps. Dann ist es oft so, wie kriege ich das vermittelt in einer größeren Gruppe? Also gibt es da technische Hilfsmittel, die du empfehlen kannst? Also was sind so diese Rahmenbedingungen, damit es überhaupt klappen kann? Weil das uns Natur bessere Sachen vermittelt, ist, glaube ich, jedem klar. Aber was mir immer wichtig ist, ist, dass wir es auch so rüberbringen, dass das die Leute dann auch wirklich machen. Also von daher hast du da so ganz konkrete Tipps, um diese Hürden, die viele im Kopf haben, einfach auch zu minimieren, sage ich jetzt mal. Oft lohnt es sich auch einfach direkt in der Umgebung zu gucken, wo haben wir ein kleines Stück Natur? Wo haben wir sogenannte Naturräume, die wir nutzen können, wo wir ganz schnell zu Fuß auch hin sein? Wenn man tatsächlich direkt in den Wald geht, sollte man sich vorher immer die sogenannten Rettungspunkte ansehen. Also es gibt in den Wäldern die sogenannten Rettungspunkte. Also wenn ich tatsächlich einen RTW rufen muss, kann ich diesen Rettungspunkt angeben, dass ich gefunden werde. Und da gibt es im Internet eine Karte, da kann ich online alle Rettungspunkte einsehen, die es in Deutschland gibt. Und das kann man natürlich im Vorfeld machen. Ich sollte mir immer überlegen, wo macht es wirklich Sinn, wo ist der Effekt größer, es draußen zu zeigen, als an einem schnöden Arbeitsblatt. Trotzdem stellen wir immer wieder fest, dass nichts passiert. Die Kinder sitzen im Klassenzimmer, auch die Erwachsenen sitzen in ihren Räumen. Also das heißt, irgendwas läuft da nicht. Also uns ist das klar, ja, also nicht nur die und mir, sondern auch, glaube ich, sehr vielen anderen. Ja, wie viel macht da Bewegung aus, das Gleichgewicht, die Gerüche mit allen Sinnen lernen. Also all diese Themen sind klar und trotzdem passiert das nicht. Also das heißt, was mich interessiert ist, wie kriegen wir sie jetzt aus dem Klassenzimmer oder aus dem Kursraum raus in die Natur rein? Also ich kriege als Widerstand zu hören, ja, ich verliere zu viel Zeit. Der Hinweg und der Rückweg dauert zu lange. In der Erwachsenenbildung, wenn die halt so zum Beispiel Integrationskurse und so weiter geben, haben sie das Problem, dass sie eigentlich nicht raus dürfen, weil es nicht erlaubt ist. Da haben wir wieder dieses Thema. Das muss man dann anmelden, das darf man nicht so oft und so weiter. Dann haben wir das Thema oft, dass sie glauben, sie müssen an dem Buchstrick bleiben und müssen diese Themen durcharbeiten und schaffen das dann nicht, weil sie zu viel Ablenkung haben. In der Natur. Also all diese Sachen sind es ja, die sie davon abbringen, wirklich rauszugehen. Und wir müssen jetzt sozusagen rausfinden, gemeinsam was bringt oder wie schaffen wir es, dass sie davon eben sozusagen überzeugen können. Ja, mit eben diesem Wissen, was eben andere schon machen und auch in diesen, die auch in diesem System stecken. Also wenn du noch so ganz konkrete Tipps hast, die dazu führen, diese Hürden abzubauen. Mir geht es immer ganz viel darum, wirklich ganz praktische kleine Dinge aufzuzeigen, damit wir eben genauso diese Dinge aushebeln. Naja gut, jetzt werden nicht alle zu dir kommen und diese Pädagogik-Ausbildung in Sachen Naturerlebnis machen, aber ich würde es trotzdem gerne irgendwo einladen wollen, das auch für sich auszuprobieren. Weil ich mache das auch. Also ich finde es unglaublich hilfreich, auch im Gehen zu lernen. Das ist zum Beispiel auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, achtsamer zu sein dabei und die Sachen auch nochmal anders, haptischer zu verbinden. Ich finde, man kann sie auch sehr gut mit Memotechniken verbinden, indem man halt wirklich mal, ja, diesen Weg, den man da vielleicht auch mal läuft, mit den Inhalten verbindet. Das heißt, wenn ich da den und den Baum sehe und den wieder, dann auf dem Rückweg auch wieder, dass ich mich auch erinnere an das, was gesagt wird. Also ich finde, dass so viele Themen eigentlich möglich sind, wenn man sich traut und ich glaube, wenn man es ritualisiert. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass es sinnhaft ist, das so in so einer Projektarbeit zu machen, wie du sagst. Zwei Tage kaufe ich mich da ein, sondern ich glaube, dass das auch etwas ist, was man fühlen muss, was man ja auch öfter erleben muss. Also dass es sozusagen so auch ein ritualisiertes Thema ist, dass ich sage, was weiß ich, jeden Freitag gehe ich raus oder so. Also das ist so, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wenn man das mal einplant und damit einfach erst mal mit dem Stück Grün anfängt, der vor der Haustür ist, hat man wahrscheinlich auch nicht so sehr dieses Problem, ja, dass man da irgendwelche Anmeldungen hat oder irgendwie das groß planen muss, sondern man plant einfach nur für sich. Okay, ich glaube, die Hürde ist vielleicht die kleinste, ja. Also ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde am Freitag raus, wäre ja ein schöner Anfang, oder? Was sagst du? Absolut. Also das kennt man, also in Berlin gibt es, die grüne Schule nennt sich das, glaube ich, und die haben zum Beispiel freitags immer, dass sie draußen sind und dass die SchülerInnen möglichst nicht mit dem Auto kommen. Also sie haben auch die Eltern, also die Familien mit eingezogen. Und durch diese stetige Wiederholung, und ich weiß immer, freitags muss ich mir jetzt etwas überlegen, wie mache ich das, wie gestaltet ich das, verfasst sich das Ganze. Und ich bin jetzt auch nicht der Befürworter, dass es jetzt heißt, wir müssen fünf Tage die Woche irgendwie jeden Tag rausgehen. Den Druck darf man sich nehmen, aber genau die Wiederholung zu schaffen und sich auch selbst die Last zu nehmen. Ich sage immer, wir dürfen das doch als Lernprozess auch für uns selber sehen. Ich würde auch niemals einen Projekttag genauso machen, weil das würde mich total langweilen. Aber zu sagen, ich probiere jetzt etwas aus, und das kann auch schief gehen, ja, auch wenn man Blumen angepflanzt hat oder Gemüse, und das geht ein, dann ist das ja auch, was kann ich daran lernen? Was kann ich davon mitnehmen? Okay, Blumen und Pflanzen brauchen halt Licht, Wasser, und manchmal ist es auch noch abhängig, wie viel liegt, ja, wenn man es auch zufällig ist. Also auch das kann ich im Nachgang sprechen. Warum ist das jetzt? Es glückt, da steckt ganz viel drin. Und ich glaube, wir müssen als Lehrkraft immer alles perfektioniert vorkauen. Da dürfen wir, glaube ich, ein Stück zurückgehen. Und warum auch nicht in der Dienstberatung, in der Schulberatung sagen, okay, jeder ist mal dran und stellt heute ein neues Experiment vor, so was Kleines, Mini. Da gibt es 15 Minuten für und jeder und alle im Kollegium können daran lernen und sagen, hey, okay, das habe ich noch nicht ausprobiert, das war eine gute Idee. Wir dürfen uns nicht nur mit Medien beschäftigen, obwohl man Medien und Natur auch ganz wunderbar miteinander kommunieren kann, aber wir sollten uns nicht nur damit beschäftigen, sondern eher mit dem ganz freiglichen Ansatz. Es gibt ja auch solche Apps. Also ich merke, ich habe so eine App, Picture This heißt die. Damit kann ich so in der Natur alles fotografieren und da bekomme ich nicht nur die Information, was ist das jetzt für ein Baum und so, sondern da kommen Gedichte und da kommt irgendwo, wofür steht das symbolisch? Und also man kann da in sehr, sehr vielerlei Hinsicht mit arbeiten. Das finde ich sehr spannend. Also ich werde nicht bezahlt für die App. Also ist beispielhaft jetzt, wo ich sage, ja, da kann man so viel lernen von. Was ist essbar, was nicht und so weiter. Also es sind so viele Aspekte dabei. Ja, es gibt mittlerweile unglaublich viele Apps, die man nutzen kann. Ich würde immer, also auch keine bezahlte Werbung, also ich würde immer die App von NABU empfehlen, weil da kann man sich immer sicher sein, das Wissen ist gut recherchiert. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Und auch der NABU, auch selbst wenn man den einkauft, zum Beispiel Federmausprojekt, dann zeigen die einem auch Dinge, wie man es fortführen kann, indem man eben ein Federmausnest installiert und wie kann man das dann eben weiter verfolgen. Manchmal hilft es ja doch, wenn jemand Externes kommt und den Impuls gibt, aber dann auch mit aufzeigt, das ist jetzt nicht einmalig, sondern wie können wir das integrieren. Und ich glaube, da haben wir in der Zukunft noch ziemlich viel Luft nach oben. Absolut, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das haben wir in ziemlich vielerlei Hinsicht in Sachen Bildung, aber dafür versuchen wir uns ja zu vernetzen und unser Wissen zu teilen. Und ja, danke dir, Melanie, fürs Kommen. Sehr gerne. Vielen Dank.